Hallo liebe Freunde, das Südkurier Hegau Echo. Wir befinden uns im Hegau Gymnasium in Singen. Die Sommerferien stehen unmittelbar bevor. Neben mir zwei nette Damen, die mir erklären können, was sich hier abspielt. Power Day nennt sich das, zehn Tage vor Ferienbeginn. Frau Gabi Eckert vom Förderverein, was genau bedeutet das? Ja, der Power Day soll den Schülerinnen und Schülern, die so 14, 15 sind, was vermitteln, dass sie stark sind. Und einerseits ihren Körper gut Sorge tragen und andererseits auch zur Entspannung und zur Bewältigung des stressvollen Lebens heute was dazu lernen. Auf der anderen Seite Helena Hauser. Helena, du bist eine der Mitinitiatoren hier. Du hast ziemlich viel zu tun gehabt. Was für Stände, was für unterschiedliche Parcours gibt es denn hier im Laufe des Tages? Also wir haben zum Teil sehr viel zum Thema Ernährung. Wir haben Leute aus dem Landwirtschaftsamt in Stockach da. Das sind zwei nette Frauen, die hier mit den Kindern was zum Thema Obst machen. Dann haben wir eine Psychologin, die etwas zum Thema Spannungsabbau mit verschiedensten Entspannungsübungen macht. Dann haben wir auch noch sehr viele Sportangebote, wie man da hinten sieht, die von Lehrern gemacht werden. Ja, wir haben eigentlich ein kunterbuntes Programm. Kunterbunt und es gibt auch was zu essen. Frau Eckert, Sie haben ja damals angefragt beim Südkurier, ob wir Sie unterstützen können. Was machen wir vom Südkurier denn hier heute? Ja, wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir sozusagen mit Ihnen das Grande Finale absolvieren. Und es wird einen gesunden Burger geben nachher für die siebten Klassen, den wir auch mit einer Gruppe der siebten Klassen anfertigen und dann zum großen Abschluss gemeinsam an der Tafel zu uns nehmen. Das heißt Südkurier und Pestalozzi Kinderdorf in Walwies bei Stockach. Wir organisieren diesen Burger. Zum Abschluss einen Veggie-Burger, Tofu oder wahlweise einen Demeter, Bio-Demeter-Rinder-Burger. Dann schauen wir mal, wie dieser Tag verläuft. Liebe Freunde des Südkurier-Hegao-Echo, wir beginnen jetzt unsere Tour im Hegao-Gymnasium im Rahmen der Power Days beim Thema Ernährung. Frau Rockle, Sie sind Mutter. Was genau lernen die Kinder denn hier hinter uns? Wir wollten den Kindern einfach mal zeigen, wie es ist selber, sich das Essen zuzubereiten. Sie kommen von der Schule nach Hause, haben noch Lust auf einen kleinen Salat oder ein Müsli und das einfach frisch zubereitet. Also nicht irgendwie eine Dose aufmachen, sondern einfach frische Lebensmittel verarbeiten und die dann genießen. Dann gehen wir jetzt mal rum um die Tische und gucken, was die Kinder so denn zubereiten. So, wir starten jetzt mit einem schönen, leckeren Frühstück in den Tag. Mädels, was macht ihr denn hier? Wir machen ein Müsli. Ein Müsli und mit viel Obst, oder? Ja. Und ihr habt daheim auch schon selber euer Müsli gemacht oder macht das eure Mama? Ja, machen wir schon. Machen wir selber. Macht ihr auch selber, gut. Dann guten Appetit. So, wir befinden uns hier jetzt in der Musikwerkstatt des Hegao-Gymnasiums. Herr Kemper, was findet hier jetzt genau statt? Ja, wir machen einen Workshop zum Thema Umgang mit Gefühlen und als Musiktherapeut nutze ich jetzt halt die Musikinstrumente, um mit den Jugendlichen zu erarbeiten, Gefühle auf Instrumenten umzusetzen. Vorher haben wir schon Musik angehört und dazu auch die Gefühle benannt, die da vorkamen. Und jetzt sind wir gerade dabei, Gefühle zu erraten und zu spielen. Das ist ja ganz spannend. Dann hören wir uns das mal an, was die Jungs da spielen. So, jetzt fragen wir mal einen Schüler, was der meint, was es für eine Musikrichtung ist. Du weißt es, was ist es für eine Musikrichtung, was ist es für eine Gefühlsrichtung? Wütend. Wütend. Okay, wer ist das aber jetzt weiter als Tipp? Was für Tipps gibt es noch? Ja, da hinten. Hier, was gibt es noch für einen Tipp? Ich würde sagen, es war aufgewühlt, weil es war ein sehr unrhythmischer Rhythmus. Okay, dann werden wir mal fragen, was war das jetzt für ein Gefühl? Das war wütend. Wir kommen jetzt zur letzten Station unserer Tour durch das Hegau-Gymnasium. Hier im Hintergrund sehen wir die Südgiräu-Köche und die Klasse 7, wie sie Burger zubereitet. Es gibt sowohl einen Veggie-Burger als auch einen Rindfleisch-Burger. Jetzt lassen wir uns mal einen Burger zubereiten. Mal gucken, wie er dann schmeckt. Auf geht's. Also, wir hätten gerne einen Fleisch-Burger. Jetzt, was kommt genau da drauf und wie bereitet ihr denn zu? Ja, da haben wir einmal Tofu und einmal Geflügel- und Rindwurst, oder? Nur Rindfleisch. Ja, nur Rindfleisch. Geflügel- und Rindwurst. Gut. Ja, und dann kommen Tomaten und Gurken und Zwiebeln drauf. Zwiebeln. Also, dann macht uns mal ein Brötchen bitte mit Rindfleisch-Burger. Sie sind, wir müssen uns kurz vorstellen, der Herr ist nämlich vom Pestalozzi-Kinderdorf und er stellt das Ganze hier. Ja, genau, mein Name ist Löhle, ich bin Geschäftsführer vom Pestalozzi-Kinderdorf und wir haben sozusagen die Schule jetzt mit Gemüse beliefert, kostenlos. Also, dann werden wir jetzt mal den Burger testen. Ich werde jetzt mal reinbeißen und ein Fazit geben. Man sieht, es schmeckt gut gewürzt, wirklich lecker, kann man echt empfehlen. Liebe Freunde, das ist Südkorea-Hegau-Echo, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Tour. Wie man sieht, der Grill ist geleert, es hat lecker geschmeckt, die Burger waren wirklich gut, mit frischen Zutaten, Zwiebeln, Tomate, Gurke, alles drauf, Salat. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Heger-Echo, ciao.